Yo Leute, willkommen zum nächsten Part von Aleth Finch. Ja, was machen wir denn jetzt hier am besten? Nein, ich will da nicht raus. Nein, oh Gott. Ich will da nicht raus. Ah, das kommt mir bekannt vor. Wie gesagt, das könnte mein Raum hier sein. Gucken wir mal. Sehr mund und tun eine Arbeit. Also jetzt müssen wir beides hier gleichzeitig machen. Er soll es nicht überleben. Er hat gesagt, er hat sich nicht nach Fällen. Er hat sich um einen Labyrinth zu kennen. Er hat sich um ihren Weg übernommen. Dann hat er sich um einen Labyrinth zu sehen. Bats. Und Toads. Das ist eine sehr molotone Sache gerade. Aber er hat etwas mehr gefunden. Ich war mir über ihn dann. Ich habe mit dem Buss gesprochen. Aber er hat gesagt, dass Lewis geworden ist. Methoden. Tirelos. Fokus. Wie ein neues Lewis. So, ich werde ihn weitergehen. Ich habe sogar ihn geholfen. Es war sehr komisch zuerst. Er sagte mir, dass er ein neues Freund hat. Er war ein neues Freund. Er hat eine neue Stadt. Er hat sich in der 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 Stadt. In seiner Fantasie jedenfalls. ...were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for men. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. So geil gemacht, ne, ohne Spaß. To conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the Cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Er ist schon komplett in seinem Ding drin, ne. Und hat gar keine Realität. Er war nämlich mehr wahrscheinlich. Er ist gefangen in seiner Fantasie. Gehen wir zur Königin. Wollen wir ihn, das ist so schön wie wir ihn wirklich machen würde ich sagen. ...radiant rainbows. Er war einfach. 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 Er wusste, dass der Welt alles in seiner imagination war. Er wusste, dass der Welt alles in seiner imagination war. In seiner eigenen Augen, er wurde etwas größer als ein King. Für jemanden, der nie wusste, in der realen Welt, ich denke, es war überwältigend. Und dann hat er mich erinnert, dass der reale Lewis nicht derjenige, sondern derjenige, auf die Schritte von einem Golden Palace. Meine imagination ist so real wie mein Körper, er hat mir gesagt. Es war schwer zu diskutieren mit ihm. Wo? Krass, irgendwie ja. Alter, wie es einfach aussieht. Er hat einfach nur noch immer von A nach B, das ist doch die dreckigste Arbeit man machen können. Hier nochmal ein bisschen um. Weiter. Gehen wir mal nach oben. Ich habe noch nicht gedacht, dass ich ihn schützen kann. Er ist klar, Molly. Gehen wir mal nach oben. Gehen wir mal nach oben. Dann wird er geköpft. Ja, dachte ich schon. Die Krönung war wohl die Köpfe. Geht jetzt eigentlich nur noch Eddie, ja? Dann machen wir hier einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Hau rein. Ciao. Ciao. Ciao.